10 Millionen Mütter sollen ihre Mütterrente 1 und 2 verlieren. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Nachdem der Bundeshaushalt 2021 und respektive die Nachfolgehaushalte für verfassungswidrig erklärt worden sind, gibt es Forderungen, dass sozusagen alles, was im Bundeshaushalt auf dem Tisch liegt, geprüft werden soll. Unter anderem auch vom Fraktionsvorsitzenden der FDP, der klipp und klar gesagt hat, es muss alles auf dem Prüfstand, es muss alles geprüft werden. Selbst die gesetzlichen Renten dürfen da nicht Halt, davor Halt machen vor dieser Prüfung. In das gleiche Horn bläst sozusagen aber noch viel genauer der baden-württembergische grüne Finanzminister, der ja auch noch im Gleichklang mit Frau Grimm einer Wirtschaftsweisen gesagt hat, dass die Rente mit 63 abgeschafft gehört und auch die Mütterrente 1 und 2 sozusagen auf den Prüfstand gehört. Meine Damen und Herren, was würde denn das bedeuten, wenn die Mütterrente 1 und 2 gekürzt würde oder vielleicht abgeschafft würde? Es würde zu einer massiven Rentensenkung für rund 10 Millionen Mütter führen, die in Deutschland wegen Mütterrente 1 und 2 höhere Rentenleistungen erhalten haben. Aus meiner Sicht eine völlig unsägliche Diskussion, die hier geführt wird, denn eines dürfte klar sein, diese gewährten Renten sind verfassungsrechtlich überhaupt nicht mehr angreifbar, denn die Mütter, wir können froh sein, dass wir in Deutschland Mütter haben, die Kinder geboren und erzogen haben, die bekommen die Mütterrente 1 und 2, das heißt also die zusätzlichen Entgeltpunkte für die Kindererziehung, doch nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil sie eine wirklich für uns, für unser Land extreme wichtige gesellschaftliche Aufgabe übernommen haben. Sie haben nämlich a, Kinder geboren und sie haben b, Kinder erzogen und dafür haben sie vieles in Kauf genommen, unter anderem auch, dass sie weniger Geld verdienen, dass sie in Teilzeit arbeiten müssen und schon alleine deshalb auch geringere Rentenleistungen bekommen werden. Deshalb ist es gut und auch richtig, dass die Mütterrente 1 und 2 da ist. Meine Damen und Herren, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die CSU, die ja sozusagen auch der Motor war für die Mütterrente 2 zum Beispiel, dass die einem solchen Vorhaben niemals zustimmen würde. Ich bin der Meinung, Mütterrente 1 und 2 darf auf keinen Fall angefasst werden. Das ist eine unsägliche Diskussion, die ja auch leider von Teilen der FDP mitgeführt wird. Hoffen wir das Beste, dass es nicht zu diesem Irrsinn kommt, dass hier auch noch Rentenleistungen angefasst werden. Neos zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Stimmt Harf